Hi Florian! Wie ist es denn so auf der CeBIT? Es macht Spaß! Zu sehr viel erweitern. Das hier ist der Mittwald-Stand. Hier sind alles, was so an Rang und Namen hat, an Open-Source-Content-Management-Systemen vertreten. Wir sind hier in trauter Einigkeit. Und es ist viel los am Drupal-Stand. Ja, also sehr viele Fragen als mögliches. Technisch ist geschäftlich. Wir machen auch ganz viele Erbungen für den Open-Source. Ja, die Coaster gehen gut weg, habe ich gehört. Genau, also sehr viele werden verteilt. Die kommen sehr gut an. Es gibt auch sehr viele Interesse von den Leuten an der Hand rein. Es ist ganz gut, dass wir mehr sind. Und ein bisschen machen oder so. Fantastisch! Okay, danke dir! Viel Spaß noch!